Grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pet und herzliche Grüße und zwar Sonnige aus Paraguay. Das heutige Thema, wohin mit dem Geld? Bleibt dran. Also wie gesagt, viele von euch haben sich gefragt, wohin mit dem Geld. Und es geht hier natürlich nicht um Millionen von Dollar bzw. von Euros, sondern um Kleinanleger. Also ich spreche jetzt im Bereich von, ich sage mal, ab 10.000 Euro aufwärts. Und da gibt es natürlich richtige Probleme. Das gilt richtig anzulegen. Also die Banken scheitern ja aus. Klar, also man bekommt kaum oder gar keine Prozente. Also was bleibt übrig? Ich verspreche euch, dass es spannend wird. Bleibt dran. Also ich habe jetzt die Swimmingpool-Pumpe abgestellt. Da hört man mich auf jeden Fall besser. So, zum Thema. Als wir hier vor 18 Jahren angekommen sind, da sah Paraguay natürlich ganz anders aus. Also viel ärmlicher. Und das war es auf jeden Fall. Ja, die Reise wert, sich das Land Paraguay mittendrin in Südamerika anzuschauen und vor allem zu investieren. Und das ist das A und O. Man sollte meiner Ansicht nach nicht in der Schweiz, also in Deutschland investieren. Da ist es schon viel zu spät. Ja, da sollte man vielleicht vor 20, 30 Jahren es tun. Aber jetzt, heutzutage ist, denke ich, von der Zug schon nichts abgefahren. Warum Paraguay? Ich werde euch im Laufe des Films zeigen, also einige Ausschnitte aus dem heutigen Paraguay. Das hat sich wirklich entwickelt, vor allem in Großraum Assumpción, aber auch hier die Bereiche Cordillera und andere Länder. Also das ist wirklich nichts mehr zu erkennen. Es wird viel investiert, viel, viel, viel amerikanische Dollar fließen eher nach Paraguay und dementsprechend sind die Gewinne auch höher. So, also wir konzentrieren uns eher auf die Kleinanleger, also kleine in Anführungszeichen. Ich zeige euch einige Bilder, einige Ausschnitte aus dem heutigen Paraguay. Also, die Großanleger, die können selbstverständlich in Shoppings investieren, ja, in Galerien. Also das, was ich euch hinten, beziehungsweise jetzt im Hintergrund zeigen werde, also es gibt wirklich riesen Möglichkeiten, große Gelder, große US-Dollar-Beiträge zu investieren. Sowohl in Shopping-Center, in Form von Aktiengesellschaften, logischerweise, ja, als auch in sogenannten Aqua-Parks, also Wasser-Parks, Vergnügungsparks. Also da werde ich auch ein paar Ausschnitte zeigen und das ist also wirklich, wirklich ein Riesengebiet, wo man Riesengewinne erzielt. Aber, bleiben wir auf dem Boden der Tatsache und ich denke, ich spreche euch vor allem euch Kleinanleger an und ich zeige euch einige Häuser, die man auch mit Top-Architekten erstellen kann. Also das ist wirklich unfassbar, wie gut, wie problemlos und wie sicher es hier in Paraguay funktioniert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass, ich sage mal, das, was ich jetzt von Deutschland nicht erinnere und wie gesagt, ich bin ja 18 Jahre schon in Paraguay, also fast ein halber Paraguayer. Da konnte man damals in Deutschland wirklich das Geld in Ruhe anlegen und hatte damals, denke ich, so um die 5, 6, 7 Prozent, ich spreche noch nicht von den ganz guten Zeiten, aber heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Das heißt also, was konkret kann man hier machen? Also, wir können gerne nochmal über die Großanleger sprechen, aber um euch direkt jetzt anzusprechen, falls ihr 10, 20, 30.000 Euro übrig habt, könnt ihr natürlich selbstverständlich sicher und sehr gut das Geld in Paraguay anlegen und vor allem, wo, ja klar, die Grundstücke kaufen. Warum Grundstücke, sage ich euch gleich. So, ich habe immer mein Geld in Immobilien, aber vorwiegend in die Grundstücke investiert. Warum? Für mich war es eigentlich ganz einfach. Klar, also Grundstücke ist eine Anlage, also keine kurzfristige Anlage. Man sollte schon Geduld haben, das Geld anlegen, das Grundstück erwerben und einfach eine gewisse Zeit abwarten. Was aber so eine Anlage, also eine Grundstücksanlage vorteilhaft ist, oder was man an Vorteilen sieht, ist, die Steuern in Paraguay grundsätzlich für euch allen. Also, wir haben hier 10 Prozent Mehrwertsteuer wo 10 Prozent Steuer, ja, also grundsätzlich kann man das also keine Steuern nennen. Ja, genau so ist es. Wir sprechen in Bereichen von ungefähr 10.000 Euro. Und wenn ihr das investiert, habt ihr auf jeden Fall den Vorteil, ganz klar, das Grundstück ist euer Eigentum. Und es bleibt auch euer Eigentum. Um ein Grundstück zu erwerben, braucht ihr keine Cedula. Das heißt, es spricht kein Personalausweis. Es reicht einfach mal, einen gültigen Reisepass zu besitzen. Und da müsst ihr normalerweise, jeder von euch muss es ja haben. Die dritte Sache, wo ich immer sage, die Grundstücke bedürfen gar keine Pflege. Also man kann es einfach liegen lassen. Ich habe, glaube ich, in Polen auch Grundstücke mittlerweile 30 Jahre liegen lassen. Und der Wert ist selbstverständlich gestiegen und ist gefallen. Und ich tue so gut wie nichts. Deshalb, das ist der Riesenvorteil. Die vierte Sache, die wirklich sehr wichtig ist, also hier im Paraguay, wie gesagt, kaum Steuern werden ja bezahlt. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Also hier bei uns in dem dritten Departamento Corra de Lera, in der Stadtbezirktstadt Pirribabui, zahlt man ungefähr für ein Durchschnittsgrundstück von, ich sage mal, 400, 500 Quadratmeter, zahlt man ungefähr jetzt 10 bis 15 Euro Steuer. Wenn man das Geld übrig hat, sollte man auf jeden Fall das tun. Und in Grundstücke, genau genommen, um Baugrundstücke hier in Paraguay und besonders in Pirribabui investieren. Die Stadt ist eine Touristischstadt, die entwickelt sich sehr schnell. Es werden sehr große Veränderungen vorgenommen. Da nehme ich noch einige Videos noch auf, wo ich euch die Bezirktstadt etwas näher bringe. Ohne Probleme online kaufen und online verkaufen. Top Geschäft, meiner Ansicht nach. Und man sollte sich einige Gedanken darüber machen. Okay, falls ihr Fragen habt, wie immer unten bitte in der Beschreibung und sonst gebe ich selbstverständlich auch in der Beschreibung unsere Kontaktdaten, sprich E-Mail, Business, WhatsApp, wo ihr mich und auch das ganze Paraguay-Live-Deal erreichen könnt. Also einfach einige Überlegungen darüber machen, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. und das Video teilen. Sicherlich gibt es natürlich andere bekannten Freunde, die diese Informationen nötig haben, beziehungsweise schnell haben wollen. Also, das Video teilen. Mach's gut, Likes nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, zum Schluss gebe ich euch weitere Empfehlungen aus unserem Paraguay-Live-Kanal. In diesem Sinne, bleibt gesund. Lasst euch da nicht kaputt kriegen in diesen schlimmen Corona-Zeiten. Immer gut dabei sein. Okay, mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.